Der Bubble Sword ist ein ziemlich einfaches Sortierverfahren, welches Elemente immer paarweise vergleicht und vertauscht. Das Prinzip will ich hier einmal kurz erklären. Also ich habe eine Liste. Ich sortiere jetzt mal Zahlen. So, ich sortiere Zahlen. Beispielsweise 5, 4, 1, 2, 3 und wie der Bubble Sword vorgeht. Ich fange hier erstmal mit dem ersten Listen-Element an und dann vergleiche ich dies mit dem nächsten Listen-Element, also hier die 5 und die 4. Ich gucke, ob die in der richtigen Reihenfolge sind und wenn ich aufsteigend sortieren will, sind die in der falschen Reihenfolge, weil 4 kleiner ist als 5. Also im nächsten Schritt schaue ich mir die nächsten beiden an. Das sind jetzt die 5 und die 1 und die sind auch in der falschen Reihenfolge, also tausche ich die auch. 1 und 5. Hier steht die 4, 2 und 3. Jetzt schaue ich mir wieder die nächsten an. Die 5 und die 2 sind natürlich auch in der falschen Reihenfolge, also werden die wieder getauscht. Und die 5 und die 3 sind auch in der falschen Reihenfolge, also wird dies hier auch wieder getauscht. Und man sieht, die Liste ist noch nicht sortiert. Und dieses ganze Verfahren, dass man von links nach rechts durchgeht, wird jetzt einfach so lange wiederholt, bis sie sortiert ist. Und das Verfahren hat deswegen seinen Namen, weil die großen Elemente rutschen immer wie so Bubbles weiter nach hinten, Schritt für Schritt. Und die kleinen Elemente rutschen nach unten, wie man das so kennt, mit Luftblasen in der Flüssigkeit. Gut. Machen wir einmal nochmal den zweiten Durchlauf. Den zweiten Durchlauf fange ich wieder von vorne an. Ich vergleiche die beiden hier. 1 und 4. Dann wird hier die 2 und die 4 verglichen. Und dann wird die 3 und die 4 verglichen. Und jetzt bin ich an dem Punkt. Jetzt wird die 4 und die 5 nochmal verglichen. Da tut sich jetzt nichts. Und jetzt habe ich ja die Liste im Prinzip schon sortiert. Wie höre ich jetzt, wie weiß ich jetzt, dass die Liste sortiert ist? Nun ja, ich merke mir einfach, ob in so einem Durchlauf von links nach rechts irgendwann mal getauscht wird. Weil, wenn ich ja theoretisch von links nach rechts gehe und ich tausche keine Zahlenpaare, dann weiß ich ja im Prinzip, dass die Liste sortiert ist. Weil ich halt nichts mehr getauscht habe. Und dann breche ich aus dieser äußeren Schleife quasi raus. Und dann weiß ich, die Liste ist sortiert und ich kann die wieder zurückgeben. Ja, das ist das Verfahren. Also so arbeitet der Algorithmus und den wollen wir jetzt implementieren in Python. Dazu wechsle ich hier einmal in die IDE und ich schreibe mir hier erstmal eine Liste auf mit Zahlen. Nehmen wir mal diese Liste hier und hier unten gebe ich mir einfach mal das Ergebnis aus. Also wir schreiben eine Funktion BubbleSort, die diese Liste hier nimmt und die die sortierte Liste wieder zurückgibt. Und diese Funktion definieren wir hier und die Liste, die wir übergeben, nennen wir hier einfach mal L. Und ja, was wir jetzt als erstes machen, ist mal dieses Verhalten implementieren, dass wir von vorne nach hinten gehen. Das machen wir mit einer Vorschleife for i in range len l. Aber wir vergleichen das Element an Iter Stelle ja immer mit dem nächsten. Deswegen gehen wir nicht ganz bis zum Ende der Liste, sondern bis zum vorletzten Element. Das ist hier beispielsweise die 2. Weil die vergleichen wir jetzt dann mit der 7 und dann sind wir schon durch. Deswegen also Länge minus 1. Hier kommt Doppelpunkt hin und jetzt machen wir den Vergleich von dem aktuellen Element, also hier von der 3 beispielsweise, mit dem nächsten Element. Also von dem Element mit dem Index i und dem Element mit dem Index i plus 1. Quatsch. If das Listenelement i größer als das Listenelement i plus 1. Dann, nun ja, was machen wir dann? Dann sollen diese beiden Elemente, wie wir es eben auf Papier gesehen haben, getauscht werden. Weil dann sind die in einer verkehrten Reihenfolge. Und dieser Tausch geschieht mit dem sogenannten Dreieckstausch. Ich speichere mir hier das eine Element mal in so einer temporären Variable. Ich nenne die jetzt mal t gleich li. Also da wird das gespeichert. Li. Das bekommt jetzt den Wert von li plus 1. Und jetzt muss ich im Prinzip nur noch li plus 1 definieren zu der temporären Variable. Also in der temporären Variable speichere ich das im Prinzip nur zwischen, weil li ja durch diese Zuweisung nach geändert wird. Aber ich brauche noch den alten Wert. Und das Ganze nennt man Dreieckstausch. Gut. Also dies hier ist also ein Durchlauf. Und jetzt gehe ich mal daher und gebe mir das einfach mal zurück. Also die Liste nach einem Durchlauf. Return L. Gucken wir uns das Ergebnis mal an. Steuerung R. Und wie wir gerade gesehen haben, ist das hier das Ergebnis nach dem ersten Durchlauf. Also hier die 3 wird mit der 2 getauscht. Und genau die 1 dann mit der 3. Die 3 und die 4, also die 3 die jetzt hier steht und die 4 sind schon in der richtigen Reihenfolge. Und so weiter und so fort. Das ist jetzt aber noch nicht das Ergebnis, weil, wie man eben gesehen hat, brauche ich unter Umständen viel mehr als einen Durchlauf. Also gucke ich mir mal an, ob in dem letzten Durchlauf irgendwas getauscht wurde. Also ob die Liste im letzten Durchlauf noch unsortiert war. Und das mache ich im Prinzip mit einer Variable getauscht. Also wenn ich hier ein größeres Element vorne habe, dann ist ja die Liste noch irgendwie unsortiert. Und dann tausche ich die Elemente. Dazu führe ich mir hier jetzt mal so eine boolsche Variable ein, getauscht und die setze ich hier auf true. Damit ich weiß, ah, die Liste wurde getauscht, ist eventuell nun nicht sortiert. Am Anfang eines jeden Durchgangs setze ich die Variable getauscht auf false. Und diesen ganzen Durchgang wiederhole ich jetzt, bis ich nicht mehr tausche. Also bis die Liste sortiert ist. Und das mache ich mit einer while Schleife, while, getauscht, gleich, false. Ich rücke hier das entsprechend ein. Und wenn man jetzt nochmal durchgeht, steht hier, ich muss hier natürlich noch getauscht einmal am Anfang definieren. So, jetzt steht hier, also getauscht ist false. Solange nicht mehr getauscht wird, mache folgendes. Und erstmal setze getauscht wieder gleich false. Ah, das hier kommt natürlich an diese Stelle hier rein. So, jetzt ergibt das ganze Sinn. Entschuldigung dafür. Also, bis nichts mehr getauscht wird, mache folgendes. Setze getauscht auf false erstmal vor dem ganzen Durchgehen hier, um das wieder zu resetten. Und jetzt gehe die ganze Liste durch. Und wenn ich irgendwie zwei Elemente finde, die in der falschen Reihenfolge sind, tausche das Ganze. Und setze getauscht auf true. Wenn jetzt beispielsweise wie hier im ersten Durchlauf getauscht true gesetzt wird, also wenn die Liste nicht sortiert war, komme ich hier wieder an der while Schleife an. While, getauscht, gleich false. Ah, ich habe noch einen Fehler gemacht, sehe ich gerade. Also, getauscht muss am Anfang natürlich wahr sein. So, und jetzt wiederhole ich diesen Durchgang der Liste einfach so lange, bis getauscht wurde. Und wenn nicht mehr getauscht wird, dann bricht diese while Schleife so jetzt ab. So ist es nämlich richtig. So. Lass uns mal drüber gucken. Getauscht setze ich hier false. Ja, das ist richtig. Und wenn ich jetzt hier die Liste durchgehe und irgendwas tausche, also irgendwas ist nicht in der Reihenfolge, setze ich hier getauscht. Und dann tauscht wieder auf true. Und diese äußere while Schleife läuft weiter durch. Und wenn ich hier die Liste durchgehe und einfach nichts mehr tausche, das heißt nicht mehr in diesen Block der if Verzweigung gehe, ist getauscht gleich false. Weil das setze ich hier ja initial. Und es wird aus dieser äußeren while Schleife rausgesprungen. So ist es jetzt richtig. Ähm, entschuldige ich nochmal das hier. Ich lasse es jetzt mal durchlaufen, um zu überprüfen, ob es auch wirklich funktioniert. Und wir sehen hier das Ergebnis des Algorithmus. Man sieht hier die Liste. Eins, zwei, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ist wunderbar sortiert mit dem Bubble-Sort Algorithmus. Ja, das war der Bubble-Sort Algorithmus. Und es folgen noch sehr, sehr viele andere Algorithmen, die nach ganz anderen, ähm, die auf eine ganz andere Art und Weise funktionieren. Jetzt hat es geklingelt und ich bin raus. Ciao.